Was ist das, dass ich da selbst einmal drinstehe oder vorhanden sein werde oder auch abgewachsen werde, hätte ich mir nie gedacht und von daher überrascht und natürlich eine riesen Vorfreude und natürlich gleich zugesagt, dass das was wird. Sehr spannend, was man da alles machen muss, man wird genau abgemessen, von jeder Seite fotografiert, dann die Augen, was die Leute da mit haben. Mich wundert es, dass man nicht länger braucht, weil es entsteht doch eine ganze Figur von mir und ein sehr eingespieltes Team, hat mir Gott sei Dank eine gute Position ausgesucht, war jetzt nicht allzu schwierig für mich, aber sehr, sehr spannend und aufregend. Musik 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 Ja, sehr, sehr schräg, große Ehre, ich habe mich schon richtig gefreut auf den Moment heute, wenn ich jetzt rein spaziert bin und das ist echt sehr real, also fast schon ein bisschen erschreckend. Der Monster bewegt sich jetzt auch gleich und richtig cool, richtig gut gelungen. Musik 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 Musik